Wir haben ja so schöne Theater und Bühnen in der Stadt. Kultur ist so wichtig, auch für Leute, denen es finanziell nicht so gut geht. Und jetzt haben wir dafür gesorgt, dass in allen Theater und Bühnen der Stadt Leute, die nicht viel verdienen, für ganz wenig Geld die Vorstellung besuchen können. Das muss sein in einer Weltstadt mit Herz.